So, meine Frau hat gesagt, sie macht jetzt an. Ja, sie hat sich jetzt geistig und moralisch darauf vorbereitet, dass sie eine Woche ohne Rollerolf ist. Weil ich, wisst ihr ja, Rollerolf on Tour. Heute geht es los. Startpunkt ist normalerweise 12 Uhr. Wir haben jetzt schon mal eine schlappe 477 Kilometer vor uns. Es geht jetzt Richtung Heilbronneln. Wichtig ist, Helm habe ich mitgenommen, Handschuhe habe ich mitgenommen, und dann seht ihr, damit ich gesehen werde, habe ich auch noch so eine Weste an. Habe nochmal alles überprüft. T3Bs, Beleuchtung, Bereifung, Bremsen. Stimmt alles. Navi habe ich auch hier. Ja, und ganz wichtig ist auch, dass man eine U-Bahn hat. Ne, ich rauche jetzt noch auf, weil was ist das Problem? Ne, deswegen fahre ich so gerne Roller. Da kann man nicht rauchen, nicht saufen. Und wir sehen uns beim nächsten Bericht vielleicht nachher, ich schätze mal in vier, fünf Stunden, ne, in Heilbronks. Ich effe, was ihr macht es, wie es, wie es. Ich schätze mal in vier, wenn es hier ist,